Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem ganz kurzen Begrüßungsvideo für das Seminar Grammatiken des Deutschen. Ich würde ganz gern Ihnen heute einen Überblick über das Seminar geben. Das ist ein sehr kurzer Überblick, denn ich muss mit Ihnen tatsächlich sehr viel abstimmen, wie wir gemeinsam das Seminar gestalten wollen, welche Erfahrungen Sie mitbringen, was Sie gern in diesem Seminar lernen würden. Das kann sowohl thematisch relevant sein, als auch im Hinblick auf Fragen der digitalen Präsentation von Wissen. Das werden Sie gleich sehen. Wundern Sie sich bitte nicht. Es läuft im Hintergrund aus Gründen der digitalen und technischen Barrierefreiheit hier ein Live-Untertitel mit. Der ist nie ganz fehlerfrei und wird sicherlich das ein oder andere Mal für ein Schmunzeln sorgen. Denn ich mache es dieser automatischen Untertitelung auch nicht einfach, indem ich nämlich keine Satzzeichen mit ansage. Punkt. Das wäre ohne weiteres möglich. Aber solchen Input-Videos wollen Sie wahrscheinlich nicht das ganze Semester folgen. Punkt. Deswegen unterlasse ich das jetzt, aber nur damit Sie sehen, das Ganze ist zumindest technisch möglich. Und ich zeige Ihnen auch gern, wie Sie das für Ihre digitalen Präsentation einsetzen können, wenn Sie das möchten. Aber eigentlich sind wir heute hier, um einen kurzen Blick auf den Seminarplan zu werfen. Und zwar hier schon in einem Miro-Board zum Seminar. Vielleicht ganz kurz. Wenn Sie das Video zu den thematischen Lehrveranstaltungen im Sommersemester gesehen haben, werden Sie registriert haben, dass ich in der Regel in vier Phasen denke. Nämlich einer Input-Phase, einer Erarbeitungsphase, die eine technische Unterstützungsphase mit einschließt, einer Präsentationsphase und einer Klammer. Heute haben wir die Einführungssitzung. Am Schluss wird es eine Zusammenfassung sein. Und ich würde ganz gern mit Ihnen auf diesen ersten Teil des Seminars schauen. Denn dort habe ich für Sie formuliert, was Sie an Input in diesem Seminar erwarten dürfen. Nämlich einmal eine Einführung mit Workshop-Charakter in die traditionelle Satzgliedanalyse. Das zweite Überlegungen zu einer dependenziellen Verbgrammatik. Also wie Sie wissen, ist die Dependenz- und Valenzgrammatik eine der zentralen Grammatiktheorien, die wir in der linguistischen Lehre vermitteln. Dann würde ich mit Ihnen ganz gern einen Blick werfen auf eine systemisch funktionale Grammatik und schlussendlich auf die Konstruktionsgrammatik. Das sind vier Schulen, wenn man so will, oder vier Grammatikmodelle. Und die wichtigste Erkenntnis in diesem Seminar könnte möglicherweise bereits die sein, dass Grammatik gemacht ist. Und zwar aus einer spezifischen Perspektive, dass Grammatik nichts ist, was vom Himmel fällt, sondern in einer Grammatikografie nach entsprechenden Vorstellungen, und Modellen über das Sprachwissen überhaupt erst entsteht. Mich würde interessieren, ob diese Auswahl, die es nur tatsächlich ist, auf Ihren Geschmack stößt und ob Ihnen etwas fehlt. Und als Einstieg in das Seminar würde ich sehr gern mit Ihnen einen Liedtext heute schon mal probeweise diskutieren, besprechen und analysieren. Also in einem ersten Ansatz, um Ihnen zu zeigen, an welcher Basis wir diese ersten Erarbeitungsschritte gehen werden. Das werden nämlich durch die Bank Liedtexte sein. Warum Liedtexte? Ja, auf der einen Seite sind sie höchst artifiziell. Ja, man hat mit reingebundenen Strukturen zu rechnen, die wiederum Einfluss haben auf eine bestimmte sprachliche Gestaltung. Aber, und jetzt wird es wichtig, sie bedienen sich auch höchst interessanter grammatischer Strukturen und Muster, die es nicht immer einfach machen, in den jeweiligen Grammatikbeschreibungsmodellen damit umzugehen. So dass wir eigentlich schon unseren Gegenstand ausgesucht haben, der es mit anderen Worten in sich hat. Ja, also das heißt, der schon eine bestimmte Artifizialität mitbringt und deswegen für die Analyse eine besondere Herausforderung darstellt. Hinweisen möchte ich Sie auf diesen zweiten Teil des Seminars, der von Pfingsten geschnitten wird. Wie Sie sicherlich wissen, prüfen wir im Moment, ob wir nach Pfingsten in eine Hybridlehre oder in eine Präsenzlehre zurückgehen können. Im Moment sieht es Infektionsgeschehen in SARS-CoV-2 nicht danach aus. Aber nichtsdestotrotz richten Sie sich schon mal darauf ein, dass möglicherweise wir uns im Juni dann entweder in einem hybriden Setting oder in Präsenz wiedersehen. Für die heutige Sitzung stehen eigentlich nur folgende Dinge an. Ich möchte erstens mit Ihnen ins Gespräch kommen über Ihr Grammatikverständnis. Und das Zweite ist, ich möchte Ihnen Sie einführen in die Tools und technische Umgebung, mit denen wir hier im Seminar arbeiten. Ich freue mich sehr auf Sie und das jetzige Gespräch und in der Konferenz zum Seminar. Und bis dahin bin ich ganz herzlich erst einmal Ihr Alexander Lasch und auf Ihre Fragen, Anmerkungen, Wünsche und Kritik. Untertitelung des ZDF, 2020